Heute ist Sonntag, der 21. Natürlich schaut man das Traumschiff. Heute geht es um Chile und die Osterinseln und andere schicke Sachen. Und ich sitze hier und schneide Speck. Und wer mich lieb hat, holt mich weg. Ich bin nämlich hier im Krankenhaus Friedrichshain, in Vivantes. In der Hautklinik, vierter Stock. Es regnet, wie man hört. Der Fuchs ist heute noch nicht da. Hier läuft immer ein Fuchs rum. Im Moment ist er nicht zu sehen. Dafür hört man aber irgendeine Musiktruppe im Volkspark Friedrichshain. Das Alex-Tele-Spargel ist kaum zu erkennen. Ja, das mag reichen für heute. Sieht man den Regenbogen hoffentlich. Ich grüße alle Lieben nah und fern. Drückt mal die Daumen, dass die Operation, falls wir operieren, in ein paar Tagen gelingt. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss, euer Manne.